Pferdekraben. Im Pferdhimmel wachsen Wappe, Fuchs und Schimmel. Ich bin begeistert, Künstler, die Perfektion vorgetragen haben. Hier waren die einzelnen Künstler in ihrer reinsten Form zu sehen und haben miteinander und nebeneinander existiert, ohne dass sich die eine oder die eine der anderen etwas genommen hat. Es war nicht überladen, sondern es war mit reduzierten kleinen Details. Es gab überall was zu sehen, aber man konnte einfach immer sich auf seine Sache konzentrieren, und es hat nichts gefehlt. Also ich bin sehr begeistert.